Sabine Lisicki hat nach einer weiteren verletzungsbedingten Zwangspause ihr Comeback auf dem Tenniscourt angekündigt. Am Mittwochabend veröffentlichte die deutsche Tennisspielerin folgende Erklärung auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal. Hallo Fans, Entschuldigung, dass ich in letzter Zeit so still war. Bei den US Open habe ich mir eine Verletzung am Bein zugezogen und musste die Asientour absagen. Ich hatte mich schon sehr auf die Rückkehr nach China und die vielen Turniere dort gefreut. Es ist eine schwierige und anspruchsvolle Zeit, aber was auch passiert, mein Wille, zurückzukommen ist größer als die Hindernisse. Im Moment mache ich große Fortschritte und will beim Turnier in Luxemburg wieder spielen. Danke für die anhaltende Unterstützung.